ich möchte heute über leder logic oder auf deutsch kontaktplan in force reden und zwar wollte ich wieder ein bisschen spaß mit einer domain specific language haben ja was ist das überhaupt fangen wir mal vorher mit einem schaltplan an ich hoffe ihr könnt alle meinen laser pointer sehen ich rede jetzt mal hier links von einer schaltung und das ist ein sogenanntes selbsthaltendes relais wir haben hier einen einschalter e1 und einen ausschalter e2 und ihr werdet sofort sagen die schauen aber ganz anders aus das ist auch richtig weil e1 ist ein sogenannter schließer das heißt wenn ich ihn betätige schließe ich den stromkreis und e2 sind öffner wenn ich ihn betätige öffne ich den stromkreis beim programmieren nennen wir sowas invertieren dann haben wir unten hier die spule a1 und jetzt spielen wir mal durch wie das funktioniert ihr habt das sicherlich schon mal gesehen in einer tischsäge und anderen geräten solche typischen grünen kleineren einschalter und roten größeren ausschalter wenn die nicht mechanisch sind sondern elektrisch verriegelt funktionieren die ebenso wenn ich jetzt den einschalter e1 drücke fließt der strom hier oben vom leiter über die spule zum neutralleiter es kann auch plus und minus sein deswegen sind sie nicht beschriftet das ist jetzt egal hier für uns ja nachdem die spule a1 magnetisiert zieht sie auch ihre kontakte an und wenn ich dann den einschalter los lasse oh wunder hält sich das relais eben selbst und ich kann jetzt die das gerät tatsächlich verwenden statt den einschalter gedrückt zu halten die ganze zeit wenn ich aber jetzt nicht nur mit dem gerät arbeiten will muss ich das irgendwie unterbrechen dann betätige ich e2 das ist jeder öffner dadurch gibt es keinen stromfahrt mehr zum relais und es öffnet ok so liest man eine schaltung ich hoffe das war halbwegs einleuchtend und jetzt drehen wir das ganze um 90 grad weil so ist das halt üblich dass man das in einem programm auf einem bildschirm repräsentiert das ist dann die der sogenannte kontaktplan der auf englisch auch leider logic heißt ihr könnt euch das vorstellen wenn ihr davon mehrere übereinander habt sieht das eben aus wie eine leiter so und da haben wir jetzt eine schaltung funktioniert so nicht wie du beschrieben hast da weil also ich bin mir sehr sicher dass sie so funktioniert aber bitte betätigst e1 korrekt dadurch gibt es einen stromfluss durch a1 und e2 nein durch a1 also e2 ist ja sowieso ein öffner ja aber welches sind die arbeitskontakt von der spule a1 genau deswegen der gleiche name also e1 und e2 sind keine relais kontakt e1 ist ein taster und genau das sind normale kontakte und diesen test ja dann funktioniert es oder ja ja ich bin auch selbst auch oft wird und freue mich auch über die rückfragen tatsächlich habe ich das sogar von wikipedia wie ich unten angemerkt habe extra genommen damit hier kein faux pas passiert ja aber das ist so eine ganz klassische elektrische verriegelung halt ja gut aber es ist tatsächlich nicht ganz so einfach das zu lesen man braucht ein bisschen übung und wenn wir jetzt dann eben auf der rechten seite schauen haben wir jetzt hier eine gewisse ähnlichkeit die schließer sind dann eben geht kennzeichnet durch eine unterbrechung der stromkreise weil er nur geschlossen wird wenig daneben schließe und die öffner die haben so einen schrägstrich durch und damit sich zu eckig wird sind die spulen jetzt doch rund hier in diesem diagramm bei a1 das heißt wir sehen hier dass eine gewisse ähnlichkeit und das ist auch eine visuelle programmiersprache kann man eigentlich sagen okay jetzt wo wir alle wissen was kontaktpläne sind wollen wir irgendwie wieder zurück warum machen wir das hier überhaupt und da kommen wir zuerst zur inspiration da mache ich jetzt ganz kurz werbung für jemanden und zwar wir bekommen ja alle gerade nicht so viel raus und müssen zwar an das inspiration suchen ich suche die teilweise auf youtube habe diesen netten menschen hier kennengelernt den usagi electric also nicht physisch sondern nur auf youtube und hinter sich hatte einen sogenannten motorola mc 14 500 mit röhren neu aufgebaut ich würde nie wagen in frage zu stellen warum man sowas tut ich habe mich aber dann schon sehr gewundert weil das ein ein bit computer ist warum man überhaupt einen ein bit computer machen will wenn wir uns zurückerinnern der jörg völker hat einmal vorgestellt einen computer der schieberegister als register verwendet und dann eine ein bit logik in der mitte hat damit man sich quasi die ganzen parallelen schaltungen da sparen kann einfach dann durchgeht aber dieses gerät hier ist wirklich dafür gedacht dass man nur ein bit durch schickt was macht man damit schauen wir uns das mal genauer an also sehr alt kommt glaube ich aus den 70ern ich habe jetzt aber die genaue jahreszahl nicht im kopf und wurde soweit ich weiß bis in die 90er hinein produziert der chip ist in einem tip 16 typischerweise wir sehen hier links dass da tatsächlich nur ein data eingang drinnen ist und dann haben wir vier instruktionen die wählen eben hier beim instruktionsregister aus was zu tun ist und es ist sogar so minimalistisch dass nicht einmal ein programm counter drinnen ist ja den macht man halt extern und alles schön und gut und der westdeutsche rundfunk hat sogar einen computer mit dem ding gebaut es gibt da mehrere damit also das kann schon einiges wenn man es richtig beschaltet aber die idee ist halt wirklich dass man selbst die schaltung ein bisschen mit designer sich überlegt was man da machen will weil ich kann ein programm unter klein machen groß machen wie auch immer und ich habe ja auch noch ein zweites nibbel zum beispiel dass ich für andere sachen verwenden kann als für die instruktion um eben gewisse peripherie zu steuern trotzdem geht es darum dass ich jetzt ein bit nur habe ich damit dann habe ich dauernd gelesen ja das ist so gut für plc also auf deutsch sps speicherprogrammierbare steuerungen wo man eben und speicherprogrammierbare steuerungen programmiert man entweder in der anwendungsliste so eine art assembler oder eben grafisch in diesem kontaktplan gibt auch andere methoden aber wir sagen es mal dass die zwei sind die die uns heute interessieren und dann im manual tatsächlich habe ich dann gesehen warum es sowas gibt wenn wir jetzt hier oben schauen sehen wir jetzt einen kontaktplan und zwar ist das jetzt ein oder wir haben hier a als schließer und b als öffner die die load bedienen schaut ein bisschen anders aus ist amerikanisch die zeichnen das ein bisschen anders als wir wenn ich also jetzt b drücke hört die load aufzulaufen und wenn ich b und a gleichzeitig drücke dann läuft sie wieder als logische schaltung sieht es mit amerikanischen symbolen so aus wir hätten hier ein eckiges kästchen wo steht größer gleich eins aber das interessante hier ist die org instruction da kommen keine grünen lebewesen irgendwie aus herr der ringe oder so nein das ist ein ohr mit einem komplement das heißt es wird zuerst der eingang invertiert und dann wird verodert super praktisch weil ich dachte mir dauernd wie steuert man mit so einem einbild computer dann über das ram vernünftig an und jetzt wo man dann sich denkt aha ich kann den operanten gleich invertieren oder auch nicht da wird das mit dem speichern gleich viel viel einfacher und ich brauche gar nicht großartig herum speichern außer dieses fliepflop was sowieso drinnen ist bewaffnet mit diesem wissen wollen wir jetzt wieder zurück zur force aber ich möchte dass ihr das optisch noch mal im kopf habt links wie gesagt die schaltung rechts der kontaktplan und wir sehen die ähnlichkeit und achtung text da was passiert denn jetzt gerade im kopf jetzt müssen wir auf einmal lesen ja das ist jetzt überhaupt nicht mehr so intuitiv wie vorher natürlich für uns als programmierer kein thema ja aber das jetzt schnell zu debuggen ist nicht so trivial also wir legen mit e1 ein bit auf den stack mit e2 ein anderes das invertieren wir dann verunden wir verodern ja ja wir kommen da schon drauf wie das funktioniert aber diese sprache ist jetzt nicht mehr so schön zu lesen wie die grafische direkt daneben behaupte ich mal oder nach zu vollziehen wir müssen uns auch überlegen die programmiersprache kann ja auch mehr wenn wir das nested if und else noch dazu hätten wäre das noch schwieriger die logik da wieder raus zu dröseln und wenn wir jetzt eine datenbank abfragen oder komplexere prozesse beschreiben wie wir es in force üblicherweise tun ist das absolut eine tolle sprache und ist sehr gut aber für so einfache logik sachen ist dann doch das visuelle netter behaupte ich jetzt einmal also war die überlegung wie kann man das jetzt in force machen und ich habe mich da jetzt mal mit ascii beschäftigt und habe dann so rumgegoogelt natürlich bin ich da nicht der erste der das macht es gibt hunderte alte programme wo man noch auf ascii terminals eben solche lederlogics designen kann und hier haben wir ein paar beispiele dafür und wie die halt so ausschauen und ich habe dann auch überlegt der elektriker in mir sagt naja wir invertieren natürlich vorher so wie hier ja das wäre unser unser öffner und der programmierer an mir sagt das ist vorst das ist post fix also natürlich invertieren wir danach ja das war so einer der ersten entscheidungen ich habe mich tatsächlich nicht entschieden einfach beide implementiert und was wir aber als syntax haben ist diese dritte zeile hier ja und wir sehen jetzt eine gewisse ähnlichkeit hoffentlich zum plan vorher und jetzt schauen wir uns beispiele an wie das dann ausschauen würde machen wenn den einfachen inverter wir haben den öffner i1 ich habe jetzt auch auf i und o gewechselt auf deutsch ist das ja e für eingang a für ausgang gibt auch andere viele buchstaben die sachen heißen auf englisch macht man oft a für input und o für output also wenn wir jetzt den ersten output invertiert vom aktuellen kontakt haben wollen machen wir das so wie hier oben ja ganz einfach in einer zeile und man kann auch wieder sich vorstellen aha links da kommt so die leitung runter die geht nach in den öffner hinein ich sollte auch mit dem finger zu zeigen anfangen mit dem laser pointer hier kommt der strom herunter geht dann hier so durch und wenn er eben nicht unterbrochen wird dann läuft unser o1 damit das weiter läuft ist einfach die leitung selbst ohne abzweigung ist ein kommentar so kann man die leitung links laufen lassen in seinem forstprogramm ein und ist genauso wie wir es von den ganzen schematischen darstellungen immer kennen sind einfach zwei schließer hintereinander das haben wir hier dargestellt und das org von vorher ist quasi ein oder mit einem invertierten eingang das würde dann in forst so ausschauen ihr seht auch hier habe ich mich dann einmal für den post fix entschieden hier oben für den präfix und damit man in die nächste zeile kommt und quasi den oder branch beenden kann gibt es eben das minus plus symbol dass das grafisch so ähnlich ausschaut ok mit den beispielen bewaffnet gehen wir jetzt durch den kürzesten parser für sowas den ich ich habe noch ein bisschen kürzer vorher gehabt aber er ist trotzdem nur drei folien lang also im prinzip will ich die leitung haben ignoriere ich einfach den rest als kommentar will ich aber eine abzweigung haben für meine aktuelle zeile dann schaue ich nach ob die schon offen ist weil wir wollen hier keine programmier fehler haben vielleicht programmieren wir etwas sicheres relevantes dann geben wir eine fehlermeldung aus wenn nicht öffnen wir die leitung und wichtig auf der leitung hängt natürlich strom deswegen hängen wir da jetzt true auf den stack also hängen wir nicht sondern wir legen es auf den stack umgekehrt wenn die leitung geschlossen wird ganz am schluss zur neutrale zu minus wie auch immer das sein will dann geht schauen wir nach ob sie vorher offen war und wenn ja droppen wir auch diesen aktuellen zustand der leitung ja so können jetzt können wir schon leere leitungen machen und kommentare dazu schreiben jetzt brauchen wir noch inputs da gibt es eben die zwei varianten zum start einmal wird eben das post in wert gesetzt einmal nicht dann gibt es ähnlich wie das org haben wir auch das amt er oder konent komplement und das brauchen wir dann eben wenn wir den input schließen schauen wir einfach nach ist post invert gesetzt wenn ja dann machen wir das end mit dem komplement wenn nicht machen wir ein einfaches end so und das seht ihr auch so sind wir das syntaxschule gewesen da wird es dann etwas komplexer weil wenn wir jetzt dann nochmal mit einem invert aufhören dann habe ich gesagt na gut zwei invertierungen auf einmal da könnte man dann behaupten dass das ja doppelt invertiert ist da gibt es dann auch eine fehlermeldung sonst gibt es das end konvert okay und wir sind schon bei der letzten passer folie der ausgang macht nichts anderes als ein dub weil wir haben jetzt in unseren beispielen immer nur eine spule gehabt aber es hindert uns niemand daran da fünf spuren hintereinander zu hängen und aus dem grund gibt es eben ein dub was dann eben von der spule oder halt dem wort was den ausgang darstellt konsumiert wird wenn man die spule schließt brauchen wir nichts tun in force das oder selbst funktioniert jetzt ähnlich wie das line close allerdings lässt es den aktuellen zustand der leitung auf dem stack damit es dann das vereinigende oder das minus plus minus dann wieder zusammenwurschteln kann in den nächsten in der nächsten leitung so und jetzt haben wir unser fertiges programm von vorher das schaut jetzt hoffentlich so ähnlich aus wie der kontaktplan natürlich habe ich das umdrehen müssen weil wir halt post fix sind und das ist einfach cool wenn man eigentlich alles umdreht aber ihr seht jetzt eine gewisse ähnlichkeit hoffentlich und was ich hier noch gemacht habe ist ich habe noch das wort minus minus habe ich jetzt grün gemacht wenn man eben noch mehr zeilen dafür opfern will kann man dann seine leitung grafischer schöner durchziehen gut und damit sind wir auch schon am ende wer das ausprobieren will kann das gerne machen ich habe das auf github hochgeladen auch wenn es so klein ist dass man sich aus den folien abschreiben könnte ja dankeschön und gibt es fragen ja jetzt jörg bitte ach so ja willst du fragt mein erster selbstbewahrter computer denn 14 500 drin ich habe eben mal mit meinem bruder telefoniert und bin völlig entsetzt er hat das ding aus dem auseinander gebaut und inzwischen entsorgt sonst hätte ich noch versucht davon ein bild zu ergattern das war ein ganz wilder aufbau mit noch mit metallbaukasten und hinten einem improvisierten bus der noch mit drähten verdrahtet war und so richtig richtig schön alt und historisch und schmerzhaft lange her insofern war das sehr interessant cool also es hat ihr habt wirklich erfahrung mit diesem chip gehabt ich kenne nämlich wirklich nur jetzt aus diesem video da heraus aber ich dachte mir das sehr praktisch aussieht ja der trick bestand darin dass man praktisch vier bits hatte um das kommando auszuwählen und dann konnte man eine einfache acht bit maschine bauen und die anderen vier bild verwenden um den speicher zu organisieren hatte man also praktisch 16 flex in dem system und konnte mit diesen 16 flex dann eben ganz einfache sachen machen natürlich nichts aufregendes aber immerhin so einfach verknüpfung solche geschichten flipflops irgendwas blinken lassen das war schon alles möglich durchaus ja auch dieses video eben was die da machen und auch dieser wdr computer die konnten ja dann doch einiges glaube ich da war dann durchaus mit ja man kann es erweitern ich also du kannst dann eben nicht nur vier bit für adressen nehmen sondern ein bisschen mehr wortbreite vergrößern und schon hat man dann entsprechend auch einen größeren oder oder mehr möglichkeiten also ein ganz ganz witziges ding eigentlich natürlich völlig outdated aber das ist ja nicht der punkt ja interessanterweise gibt es auch einen artikel über den chip in der vd ich weiß jetzt nicht wie das ist noch nicht so lange her rafael deliano hat darüber geschrieben also nicht nur über den chip aber da wird auch etwas ausführlicher kann sein dass es vielleicht sogar auch von diesem usagi electric kommt der hat da ewig lang dran gebastelt und dann kam es auch ein artikel auf hacker day und dann sehen es halt recht viele leute glaube ich und sind dann selbst inspiriert aber den artikel werde ich mich immer mal rausschauen danke für den tipp wolfgang ulrich du hast eine frage genau wie groß ist eigentlich das größte programm was du damit gemacht hast hast du jetzt angefangen auch kompliziertere schaltungen zu machen oder eben diesen zu simulieren also ich habe jetzt tat tatsächlich mit dem konkreten noch nichts gemacht das war jetzt etwas ich habe nur diese demo beispiele gemacht weil ich einfach zuerst die language richtig hinkriegen wollte und gehabt ja relativ lang rum überlegt wie das schön ausschaut und wie das schön klein bleibt ihr werdet auch merken dass zum beispiel dass oder nur eine abzweigung kann also da bräuchte man dann wieder einen encounter ich war da so ein bisschen wie du mit deinen minimalistischen vor systemen dass ich dann geschaut habe wo kann ich da weniger machen nicht mehr na klar aber ich will damit tatsächlich bei mir sachen steuern ja also was die idee ist dass ich einfach ford verwende und du kannst dir jedes ford was eine flag nimmt einfach oder ausgibt verwenden in diesem system ja auch das schöne ist du hans kolon definition machen um dinge zu modularisieren und dann eben tatsächlich aufrufen ja tatsächlich gut weil die erste version war noch mit parsing und sowas viel zu kompliziert deswegen habe ich dann auch mit kolon definitions war es dann gleich viel einfacher ja ja genau naja und du kannst eben den chip wie ist der 4805 oder 14 500 14 500 den könntest du ja letztendlich irgendwann mal als eine kolon definition haben und dann könnte man ach so mit dem ja selbst das nachbauen das wäre ja und dann könntest du basieren auf dem jörgs ideen nach nachverfolgen sozusagen und dann computer das ist aber eine schöne hausaufgabe system wie auch immer also ich meine das ist ja das tolle wenn ford ist das ist gut sprach und ford hast dann gewinnst du eben genau das kolon definition als modularisierungs konzept und die ganze quellcode verwaltung und so das kriegt man ja alles mit ja sehr schön ja vielen dank für den tipp ist eine gute idee also ich glaube das werde ich tatsächlich ausprobieren ja und und als erstes macht doch mal eine rollladen steuerung hatte ich tatsächlich als als beispiel im vortrag man darf nicht man darf nicht rauf und runter gleichzeitig drücken ja und solche sachen da muss gegenseitig verriegelt werden ich wollte auch noch die die timer richtig schön machen in forst deswegen sind sie noch nicht drinnen also ich habe mir echt gedacht lieber vorher die syntax so richtig minimalistisch gestalten und dann erst voll loslegen damit ja super interessant also gerade mich als anfänger überrascht so was immer was da tatsächlich möglich ist also wenn man sich so mit mikrokontrollern beschäftigt dann weiß man irgendwie wie man lämpchen an und aus macht und so aber die richtigen also diese ausgebufften konzepte von ford die kriegt man die kriegt man so natürlich nicht mit und wobei da ja gott sei dank gar nichts kompliziertes verwendet wird bei der variante jetzt also wie gesagt wenn du jetzt mit parsing noch arbeiten wollen würdest und so und dann wird das das ist das ist dieses typische ford also was eine neue sprache erfunden könnte man jetzt ja wenn du willst schaffst du es glaube ich wirklich in diesen sieben zeilen also das könnte es doch auf eine folie quetschen wenn du willst wenn du das post im ja zum beispiel weg gibst ja wunderbar dann habe ich ja wieder was um mir die schlaflosen nächte etwas zu verkürzen das werde ich das werde ich auch mal ausprobieren tatsächlich das da hast du mich jetzt angefixt wunderbar schön das war die idee davon